Willkommen aus Rostock heute. Ich bin hier mit meiner Comedy Baumann und Klausen auf Tournee im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Und wie immer, wenn ich auf Tour bin, habe ich tagsüber Zeit, mir Gedanken zu machen, Gedanken über das Leben. Die habe ich mir schon als Kind gemacht. Aber es sind einfach Gedanken, die, wenn man älter wird, immer stärker werden. Nämlich Gedanken nach Sinnhaftigkeit. Und ich habe mir gerade eben die Frage gestellt, warum fällt es uns Menschen eigentlich so schwer, wir selbst zu werden? Also welche Widerstände gibt es? Warum verdrängen wir so viel? Warum versuchen wir uns so viel mit äußeren Dingen abzulenken, obwohl wir wissen, dass die größte Kraftquelle, die es gibt, in uns selbst drinsteckt? Und ich habe neulich mal so einen schönen Kommentar unter einem Video, was ich gemacht habe, gefunden von einem User, der so dem Sinn nach geschrieben hat, 99 Prozent der Menschen wollen glücklich sein, können das aber nicht, weil sie an ihren eigenen Mustern immer wieder scheitern. Und ich denke, das kann man sich gar nicht oft genug ins Bewusstsein rufen, dass wir tatsächlich durch unsere Muster so stark geprägt sind, dass wenn wir nicht irgendwann diesen Punkt finden, an dem wir aussteigen und uns selbst von oben betrachten, wir immer wieder in das gleiche Hamsterrad reinrutschen. Und deswegen habe ich damals übrigens auch 100 Monkeys gegründet, um euch dabei zu helfen, mutig euren eigenen Weg zu gehen. Und wenn ich darauf zurückblicke, jetzt auf diese drei Jahre, dann muss ich sagen, auch ich bin diesen Weg noch gar nicht mutig genug gegangen. Das heißt, in der Theorie ist es immer leicht zu sagen, tu das, tu jenes, damit du quasi ein glückliches Leben führst. Aber wenn es darum geht, diese Dinge bei sich selbst zu regeln, da wird es richtig schwierig. Und deswegen stelle ich immer mehr fest, dass dieser Block 100 Monkeys auch eine Art Eigentherapie ist, um gemeinsam mit euch einen Weg zu erarbeiten, obwohl ich das Wort Arbeit eigentlich nicht mag, aber mir fällt gerade kein besseres ein, damit tatsächlich jeder von uns durch gegenseitige Inspiration die Chance hat, glücklich zu sein, mit dem, was er tut. Ich habe dazu ein sehr schönes Zitat gefunden in einem kleinen Büchlein von Hermann Hesse, Entdecke dich selbst, heißt dieses Buch. Da heißt es, der Held ist nicht der gehorsame, brave Bürger und Pflichterfüller. Heldisch kann nur der Einzelne sein, der seinen eigenen Sinn, seinen edlen, natürlichen Eigensinn zu seinem Schicksal gemacht hat. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, eigensinnig zu sein. Und es bedeutet nicht, egoistisch zu sein. Man kann eigensinnig sein und trotzdem empathisch sein und trotzdem schauen, was fehlt dem anderen. Aber mit Eigensinn ist gemeint, eben nicht alles einfach zu akzeptieren, was man so vom Mainstream vorgesetzt bekommt. Das ist natürlich erstmal sehr bequem. Und eigensinnig zu sein, ist unbequem. Und in uns drin schreit dann alles, wenn wir unbequeme Dinge tun, hör auf damit, lass das bleiben, sei wieder bequem. Aber die Belohnung, die ist einfach umso größer, wenn man eigensinnig bleibt oder wird und man eben auch Widerstände übersteht, indem man dann zum Beispiel einfach mit sich auch selbst in den Dialog geht und sagt, also zum Beispiel, ich habe vor drei Monaten angefangen zu joggen und alles in mir hat geschrien, lass das bleiben. Und da dann der Chef zu bleiben im Ring und zu sagen, nein, ich jogge jetzt. Egal wie sehr die Beine schmerzen. Ich habe teilweise irgendwie das Gefühl gehabt, meine Beine, die sind gar nicht mehr dran am Körper. Ja, und trotzdem habe ich es irgendwie weitergemacht. Und heute, nach drei Monaten, bin ich immer noch kein Langstreckenläufer geworden, aber ich werde dafür belohnt. Heute ist es so, dass ich es mir ohne Joggen nicht mehr wirklich vorstellen kann. Vor drei Monaten war das noch komplett anders. Da konnte ich es mir mit Joggen nicht vorstellen. Also ihr seht, ihr habt die Möglichkeit, etwas zu verändern. Aber dieses Verändern bedeutet eben, das Muster zu durchbrechen, raus aus der Bequemlichkeit. Und man wird dafür aber am Ende belohnt. Zweiter Punkt, gute Ernährung. Wahnsinnig wichtig. Ich mache zum Beispiel zusätzlich zu guter Ernährung, ich ernähre mich hauptsächlich vegetarisch, teilweise mit der Tendenz auch vegan, intermittierendes Fasten. Also ich esse acht Stunden, aber 16 Stunden gönne ich meinem Körper Ruhe. Und auch das war etwas, was am Anfang unglaublich viel Kraft gekostet hat. Weil ich bin, wie gesagt, viel auf Tournee und gerade, wenn ich abends von der Bühne komme und eine tolle Show gespielt habe, dann sagt alles in mir, ach komm, belohne dich doch jetzt mit einer schönen Portion Nudeln und danach noch ein Tiramisu und all diese leckeren Dinge, mit denen man verführt werden soll. Und am Anfang habe ich gekämpft. Aber jetzt ist mir das gelungen, das zu durchbrechen. Auch das hat ungefähr ein Vierteljahr gedauert. Und ich habe seitdem mehr Kraft, ich fühle mich besser und interessanterweise habe ich sogar als, das ist ein wirklich sehr netter Nebeneffekt, auch noch ein paar Kilo abgenommen. Und der dritte Baustein ist Meditation. Und Meditation, das klingt immer so nett und so einfach, man meditiert ein bisschen, aber Meditation ist mindestens genauso anstrengend, wie die anderen beiden Punkte auch. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass das anstrengend ist, dann gibt man auch gar nicht so schnell auf, wenn es dann nicht von Anfang an klappt, weil man ja weiß, es ist etwas Anstrengendes und man braucht hier etwas Durchhaltevermögen. Und bei der Meditation war es auch am Anfang so, dass auch alles in mir geschrien hat, ey, hör auf damit, was soll der Quatsch? Bringt doch sowieso nichts. Und ich habe am Anfang die ersten Wochen tatsächlich nichts gespürt. Und dann kam der Punkt, da kippte das plötzlich ins Positive. Und ich habe eine Kraftquelle in mir entdeckt, die kann man nicht beschreiben, wenn man sie nicht selbst gefunden hat. Ich kann es einfach nur empfehlen, da rumzuprobieren, das auszuprobieren, weil diese Punkte führen auf jeden Fall dazu, dass man Visionen bekommt, Ideen bekommt, wie ein zukünftiges Leben aussehen könnte. Und zwar ein zukünftiges Leben, ein Leben, in dem man mehr man selbst ist, in dem man zu dem wird, wofür man hier auf dieser Erde ist. Der Weg ist das Ziel, sagt man immer so schön. Und das ist richtig. Aber unsere Muster halten uns ganz oft davon ab, uns auf den Weg zu machen. Und ich möchte euch heute inspirieren, euch auf den Weg zu machen. Gemeinsam mit mir machen wir uns auf den Weg und entdecken dabei eine Welt, die wir in uns tragen, die wir aber, wenn wir sie nicht anzapfen, einfach vergessen. Und ja, ich wünsche mir wirklich sehr, dass ihr einfach mal ein bisschen rumprobiert, ausprobiert. Vielleicht entdeckt ihr auch noch was ganz anderes, wo ihr sagt, das mache ich noch zusätzlich. Das ist eine große Hilfe. Also ich bin für Inspirationen immer sehr, sehr dankbar. Und am Ende führt es dazu, so wie Hermann Hesse es schreibt, dass wir uns selbst entdecken dürfen. Und uns selbst zu entdecken, ich glaube, das ist eine Belohnung, die so groß ist, dass sich all die Mühen gelohnt haben. In diesem Sinne habt eine gute Zeit. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal hier bei 100 Monkeys persönlich. Macht's gut. Tschüss.